Juristischer Gedankensalat.de präsentiert Manchmal klingt Jura wie Chinesisch. Ein altes Sprichwort sagt, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht. Und Justitia würde in Kreifels Rechtswörterbuch nachschlagen. Das hat auch einen guten Grund. Der Kreifels ist mehr als nur ein Wörterbuch im herkömmlichen Sinne. Er ist vielmehr Helfer in der Not. Es gibt Hinweise auf Rechtsprechung und Spezialliteratur. Streitstände werden kurz dargestellt und Theorien angesprochen. Der Hilfesuchende wird an die Problemlösung herangeführt. Und dann bietet der Kreifels noch einen umfangreichen Anhang. Hier finden sich zahlreiche Übersichten über juristisches Allgemeinwissen. Zum Beispiel der Weg der Gesetzgebung, das Gerichtswesen, Rechtsmittelzüge und die gesetzliche Erbfolge. Abgerundet wird das Ganze mit Begriffen aus der Wirtschaft, Politik und Geschichte. In der Version mit beiliegender CD-ROM findet sich das Back-Recherche-Tool und das Rechtswörterbuch für den Desktop. Im Prinzip die digitale Ausgabe. Das Back-Recherche-Tool ist relativ schnell installiert, problemlos, dauert keine fünf Minuten. Und hinten im Buch findet sich auf dem CD-Case eine Einzelplatzlizenz. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Der Kreifels sollte in jedem juristischen Regal einen Stammplatz haben. Er ist sowas wie das meinte Männchen der Juristen. Und gerade in Hausarbeitsphasen oder Klausurvorbereitungen kann er wahre Wunder bewirken. Zwar mag der Anschaffungspreis zunächst recht hoch erscheinen, aber nach hinten raus rentiert es sich allemal. Zumal der Kreifels die Rechtsbegriffe auch präzise erklärt. Es bleiben kaum Fragen offen und wer mehr wissen möchte, bekommt ja Literaturhinweise. Also von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.